Ja, wir lesen zusammen in dem Buch der Sprüche, Kapitel 14 sind wir. Wir beten kurz. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir dafür, dass du uns so liebst und so nah bist, Herr, der allmächtige Gott, der sich um uns kümmert, der sich so klein gemacht hat und so niedrig, um uns auf Augenhöhe zu begegnen, um uns Freund zu sein und Bruder. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist. Jesus, wir danken dir auch, dass du deinen Geist gesandt hast, dass du deinen Geist in uns hineingelegt hast, hineingepflanzt hast. Danke, dass wir dich, Heiliger Geist, haben und dich kennen dürfen. Danke, dass du uns Leben gibst und alles, was wir brauchen. Und danke auch für das wunderbare Wort, was du inspiriert hast, dass wir lesen können und worüber wir nachdenken können. Leite du unsere Gedanken. Leite du uns im Reden und im Hören, dass deine Gedanken, dein Wort zum Zuge kommt, dass du sprechen kannst und machtvoll wirken kannst, wie du dir das vorgenommen hast. Danke, Herr, dass dein Wort Kraft hat, zu erretten, Kraft hat, uns zu reinigen und uns auszurichten auf das, was dir wichtig ist. Und wir wollen hören, wie Jünger hören und bitten dich, dass du jetzt die Zeit in deinem Wort segnest für uns. Amen. Ja, liebe Geschwister, okay, Sprüche 14, Vers 2. Und hier steht in der Elberfelder Übersetzung, wer in seiner Gradheit lebt, fürchtet den Herrn, wer aber in seinen Wegen verkehrt ist, verachtet ihn. Hier ist also ein Gegensatz und es geht um das Gehen, denn wortwörtlich steht hier, und das in der Anmerkung von der Elberfelder steht das auch hier, wer in seiner Gradheit geht. Es geht um den Lebensweg, den wir gehen. In der Bibel wird uns vor Augen geführt, dass unser Leben ein Weg ist, den wir gehen. Wie eine Wanderung. Man trifft sich zu einer Wanderung mit einer Gruppe von Leuten, im Moment ist es ja ein bisschen schwierig, aber ihr habt ja noch so viel Vorstellungsvermögen, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern an einen Wandertag in der Schule oder mit Freunden unterwegs, vielleicht in der Gemeinschaft, der Gemeinde, die jungen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine Tamsentour gemacht haben, wie sie das so genannt haben. Und ja, man trifft sich zu einer Wanderung, man beginnt die Wanderung an einem bestimmten Punkt und dann hat man ein bestimmtes Ziel, das man anvisiert, denn man hat ja nur eine begrenzte Zeit. Man hat vielleicht eine Tagesreise, eine Tageswanderung. Und irgendwann ist der Tag zu Ende, dann geht die Sonne unter, dann wird es kalt, dann wird man müde, man will sich wieder schlafen legen, also die Wanderung hat irgendwann auch ein Ende. Und so ist unser Lebensweg auch ein Weg, der einen Anfang hat und ein Ende. Ein Ausgangspunkt und ein Ziel. Unser Leben ist nicht ziellos, sondern es hat ein Ziel. Und die Frage ist, welches Ziel hast du, welches Ziel verfolgst du? Hier wird uns vor Augen geführt, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, seinen Lebensweg zu beschreiten. Es gibt die Möglichkeit, gerade zu gehen, den geraden Weg, oder es gibt die Möglichkeit, seine Wege zu verkehren. Also hier geht es darum, dass man einen bestimmten Lebensweg hat, aber selber auch ein Stück weit in der Hand hat, wie man diesen Weg geht, wie dieser Weg dann aussieht. Ich musste, irgendwie heute Morgen habe ich Radio gehört, dann habe ich gehört, eine Sendung und irgendwie habe ich gedacht, oh schade, ich hätte die Sendung gerne ganz gehört. Man kann ja sowas auch heutzutage nachhören, gucke ich mal, ob ich das nochmal finde. Beim NDR irgendwie eine Sendung über, eine Dokumentation über einen wandernden Hirten in Mecklenburg-Vorpommern. Und das fand ich echt spannend, das zu hören, wie dieser Hirte mit seinen Schafen durch die Gegend zieht, durch die Gegend wandert. Und ich musste im Zusammenhang auch mit diesem Vers an Jesaja 53 denken. Lass uns das mal aufschlagen, Jesaja 53, Vers 6, da steht ein interessanter Gedanke. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Schafe sind so, sie gehen ihren eigenen Weg. Es liegt daran, dass sie den Kopf unten haben. Sie fressen. Sie fressen und fressen und fressen und fressen. Und wenn sie an einer Stelle genug gefressen haben, dann gehen sie einen nächsten Schritt weiter, da wo wieder was zu fressen ist. Und dann gehen sie noch ein Stück weiter, ach da ist auch was zu fressen, ja da kann ich dann weiter fressen. Und dann fressen sie und wenn dann genug gefressen haben, an einer Stelle, wo nichts mehr ist, dann gehen sie weiter. Immer schön den Kopf unten, immer schön am Fressen und immer weiter und immer weiter. Und wo gehen die eigentlich hin? Die gehen und gehen und wenn sie keinen Hirten hätten, dann würden sie einfach immer weiter gehen, bis sie irgendwann vielleicht mal auf die Idee kommen und sich fragen, wo sind eigentlich die anderen? Wo bin ich eigentlich? Mäh, keine Ahnung. Ja, einfach weiter fressen. Aber es kann dann die Situation, dass sie tatsächlich alleine sind, versprengt von der Herde, irgendwo abgeblieben sind. Und die Welt ist ja nicht so nett und freundlich, da gibt es ja auch Wölfe und anderes Getier, was um Schaf gefährlich werden könnte. Und es gibt auch unwirtliche Gegenden. Plötzlich hast du dich vielleicht in eine Gegend verlaufen, wo anfangs vielleicht noch Futter da war, aber irgendwie, ja, fällst du plötzlich vielleicht in irgendein Loch rein. Also so Schafe, die sind so dusselig, die fallen dann irgendwie in den Graben rein oder die verheddern sich in irgendeinem Zaun, wo sie dachten, ja, da hinten, da ist das Gras schön grün. Sie langen durch den Zaun durch und bleiben mit dem Kopf hängen. Das machen Schafe. Also wir irrten alle umher wie die Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg und wundern uns dann plötzlich, dass wir irgendwo gelandet sind und nicht wissen, wie wir wieder da rauskommen aus dem Schlamassel, in den wir reingeraten sind. Auf krummen Wegen, auf, ja, Wegen, die hin und her und dann plötzlich sind wir irgendwo. Dem stellt das Wort hier den geraden Weg gegenüber. Sprüche 14 spricht von der Geradheit. Was ist damit eigentlich gemeint? Ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, was sagt dieses Wort aus? Wer in seiner Geradheit, das ist ja auch eine Qualität eines Charakters. Dieses Wort wird häufig benutzt, um einen bestimmten Charakter auch uns vor Augen zu stellen. Und ich habe hier so drei Punkte, die mir irgendwie beim Nachdenken darüber wichtig geworden sind. Geradheit bedeutet Aufrichtigkeit. Dass ich einen geraden Weg gehe, dass ich geradlinig bin, bedeutet in Gottes Augen, dass ich eine Liebe zur Wahrheit habe. Ich liebe nicht die krummen Wege, die Unwahrheit, sondern ich habe eine Liebe zur Wahrheit. Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit. Der gerade Weg ist der aufrichtige Weg, der Weg der Aufrichtigen, der Ehrlichen. ein weiterer Punkt in dieser Sache mit der Geradheit ist die Zielstrebigkeit. Der gerade Weg ist der Weg, der direkt zum Ziel geht, der direkt zum Ziel führt. Derjenige, der in Geradheit geht, der das Ziel im Visier hat, das Ziel vor Augen hat. Wir dürfen das aber nicht verwechseln mit einfach nur Zielstrebigkeit. Es gibt so viele Menschen, die zielstrebig sind, aber sie kommen nicht am Ziel, am richtigen Ziel an, weil sie das falsche Ziel anvisiert haben. Es ist nicht nur wichtig, dass du zielstrebig bist, sondern dass du auch das richtige Ziel anvisierst. Stell dir einen 100 Meter Lauf vor und die Läufer sind am Start und sie schauen, sie schauen zum Ziel. Aber es ist vielleicht jemand da, der plötzlich abgelenkt wird und er sieht, einer dieser 100 Meter Läufer, er sieht die Liebe seines Lebens. Er schaut in das Publikum und da ist diese wunderschöne junge Frau, sie hat vielleicht ein Plakat mit seinem Namen, hält sie hoch. Sie will ihn anfeuern, dass er zum Sieg kommt, aber er ist so abgelenkt, er denkt so, die ist es. Und dann kommt der Startschuss und er rennt los, zielstrebig, genau auf sie zu. Aber er kommt nicht ans richtige Ziel an, er wird disqualifiziert, weil er die Bahn verlassen hat. Ein zielstrebiger Mensch. Aber das meint Gott nicht damit. Geradheit im Sinne der Zielstrebigkeit heißt auf das richtige Ziel gerade zu gehen, zu rennen. Der 100 Meter Läufer hat das Ziel im Visier und er läuft gerade seine Bahn, denn wenn er nur ein bisschen übertritt, seine Bahn hat ja ganz klare Linien, wenn er ein bisschen zu sehr übertritt, wenn er übertritt, dann wird er disqualifiziert. Er muss gerade laufen, damit er das Ziel erreicht, damit sein Lauf gewertet wird. Und der schnellste Weg ist tatsächlich geradeaus. Wenn er in Schlangenlinien laufen würde, in seiner Bahn, so weit das geht, in so einer 100 Meter Bahn, wenn man überhaupt in Schlangenlinien laufen kann, dann würde er unheimlich viel Zeit verlieren. Nein, er muss so schnell wie möglich zum Ziel kommen. Deswegen hat er das Ziel vor Augen und er rennt geradeaus, genau geradeaus zum Ziel. Und dann ist er in der schnellsten möglichen Zeit tatsächlich auch da. Geradheit ist Zielstrebigkeit und zwar das Ziel Gottes für unser Leben, wisst ihr? Und wir sind so begnadet, wir sind doch so beschenkt, oder mit einem wunderbaren Ziel für unser Leben. Und das dritte, woran ich gedacht habe, nach der Aufrichtigkeit, geradeaus zu sein, nicht falsch in seinem Reden, sondern klar, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein, sagt Jesus. Gibt es keine, nichts dazwischen. Ein klarer, gerader Charakter, geradlinig, zielstrebig, auf das Ziel Gottes hin ausgerichtet. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Seid darauf ausgerichtet, sorgt euch um nichts. Das ist alles nicht euer Ding, dafür sorgt Gott. Du bist jetzt in dem Lauf und du sollst den Lauf vollenden. Du sollst das Ziel erreichen. Darauf sollst du ausgerichtet sein. Und das dritte, was mir in den Sinn kam, was mit Geradheit gemeint ist, was Gott mit Geradheit meint, ist ein reines Gewissen. Du kannst geradeaus gehen mit erhobenem Haupt. Du musst das Haupt erheben, damit du geradeaus schauen kannst, damit du das Ziel im Blick hast. Wenn du nach unten guckst, dann geht es ganz schnell, dass du die Richtung verlierst. Mach das mal. Mach mal einen Sprint, in dem du runter guckst. Und wenn du jetzt keine Linien hättest, kommt es ganz schnell, dass du irgendwie die Orientierung verlierst, wenn du runter guckst. Wann gucken wir aber nach unten? Wenn wir uns schämen. Wir schauen nach unten. Wir gehen mit gesenktem Haupt durch die Gegend, weil wir belastet sind, weil unsere Herzen belastet sind mit unreinem Gewissen. Ein schlechtes Gewissen ist etwas, was uns krumme Wege gehen lässt. Wir weichen aus. Wisst ihr? Menschen, die nicht mit einem reinen Gewissen leben, die weichen immer aus. Die versuchen, der Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Die versuchen, irgendwie drum rum zu kommen. Die schlängeln sich. Die reden sich raus. Ein gerader Charakter ist, sich seiner Schuld zu stellen. Seiner Verantwortung zu stellen. Die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Und wisst ihr, wir sind doch so gesegnet und so befreit, weil Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat, können wir doch erhobenen Hauptes kommen, auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir versagt haben, auch wenn wir Fehler haben. Wir dürfen gereinigt durch sein Blut erhobenen Hauptes zu ihm kommen. Wir haben Frieden mit Gott. Ein Mensch, der gerade, den geraden Weg geht, hat Frieden mit Gott. Und dann sagt dieser Vers hier in Sprüche 14, Vers 2, sagt uns, wer so lebt, wer so geht, wer seinen Lebensweg so geht, so gerade, wer in seiner Gradheit geht, der ist es, der den Herrn fürchtet. Der zeigt damit, dass ihm Gott wichtiger ist als alles andere. Wenn dir Gott wichtiger ist als alles andere, dann gehst du diesen geraden Weg. Wenn du aber krumme Wege gehst, dann zeigst du damit, dass du den Herrn verachtest. Und das ist ein hartes Wort. Entweder du ehrst den Herrn oder du verachtest ihn. Du musst dich entscheiden. Welchen Weg willst du gehen? Wenn du krumme Wege gehst, dann kannst du dich nicht rausreden. Dann kannst du nicht sagen, naja, ich habe es nicht so gemeint. Eigentlich glaube ich ja an Gott. Eigentlich liebe ich ihn doch. Ja, ich bin Gott dankbar dafür, dass er mich gerettet hat, dass er meine Sünde bezahlt hat. Ja, aber du gehst krumme Wege und damit verachtest du den Herrn, damit missachtest du ihn ins Angesicht. Es ist wichtig, diese Verse auch auf uns wirken zu lassen und uns klar zu machen. Es gibt nicht so irgendwie so ein Zwischendrin. Entweder du ehrst den Herrn oder du verachtest ihn. Willst du ihn ehren? Dann geh gerade Wege. Dann entwickle eine Liebe zur Wahrheit. Dann entwickle ein tiefes Verlangen danach, im Licht zu wandeln, in der Wahrheit zu leben. Dann mach dir das zu eigen, das, was Jesus sagt. Dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Dann lass dich erfüllen mit dem Geist Gottes, der dich formt, der dich umformt zu so einem geraden Charakter in das Ebenbild Christi selbst. Und er ist dann dein Weg. Das hat er ja auch selber gesagt. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Und in Hebräer 13 wird er auch, Hebräer 12, wird er auch ganz konkret, was das heißt, seine Wege gerade zu machen. Er nennt uns hier verschiedene Punkte, die vielleicht auch ganz praktisch sind für unser Leben. Damit du gerade Wege gehst, damit dein Weg gerade ist. In Hebräer 12, Vers 12 und 13. Hebräer 12, Vers 12 und 13. Dort wird gesprochen über die Erziehung Gottes in unserem Leben, wie Gott uns liebt und uns deswegen erzieht, um uns teilhaben zu lassen an seiner Heiligkeit. Und dann sagt Hebräer, das ist das, was Gott tut, aber du sollst auch was tun. Du kannst auch etwas tun. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt wird. Mach deine Bahn gerade. Richte dein Leben auf das Ziel Gottes aus. Leg die Lüge ab, sagt er in Epheser 4. Leg die Lüge ab und rede die Wahrheit. Reinige dein Gewissen immer wieder, indem du ins Licht trittst und deine Sünde bekennst und er ist treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Und dann ist es so, wenn du lahmst, wenn du hingst, du hingst in deinem Leben, dein Bein ist lahm, irgendwie kommst du nur lahm voran auf dem Weg. Hier wird dir zugesagt, wenn du dich auf diesen geraden Weg begibst und diesen geraden Weg gehst, dann wird dein lahmes Bein geheilt. Lass dich nicht dazu verführen, von deiner Lahmheit dich leiten zu lassen. Durch dieses lahme Bein wirst du immer abgelenkt, kommst aus dem Tritt, kommst aus dem Weg, wirst abgelenkt, kommst auf Abwege, indem du dich leiten lässt von deinem lahmen Bein. Stattdessen sollst du sagen, lahmes Bein, komm hier auf diesen geraden Weg, wir gehen hier lang. Du ziehst dein lahmes Bein auf diesen Weg und was passiert? Während du auf diesen Weg gehst, wird dein Bein geheilt. Vers 14 Vers 14 und 15 Hier werden uns fünf Dinge gesagt. Jagd dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser ist, wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Zwei Dinge, denen wir nachjagen sollen und drei Dinge, auf die wir achten sollen, sagt uns das Wort. Jagd dem Frieden mit allen nach. Die Bahn gerade zu machen heißt, sich darauf auszurechnen, im Frieden zu leben. Im Frieden mit allen. Zuallererst natürlich im Frieden mit Gott. Aber hier geht es vor allen Dingen auch um den Frieden untereinander. Wenn du Frieden mit Gott hast, dann halte auch Frieden mit deinem Nächsten. Suche den Frieden mit jedermann. Jage dem Frieden nach. Was an euch liegt, tut, um mit allen Menschen im Frieden zu leben. Das ist Gottes Ziel für dein Leben, für mein Leben, dass wir im Frieden leben mit allen Menschen. Jagd dem Frieden nach, so wie dieser Läufer, gerade, geradeaus, der Friede, der Friede mit allen. Das ist etwas, dem du nachjagen sollst. Und jage der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das ist, ja, mein Lebenswandel vor Gott. Dem nachzujagen, dass mein Leben geheiligt ist, dass es Gott reflektiert, seine Heiligkeit reflektiert. Mich auszustrecken danach, dass Gott mich verändert, und sein heiliger Geist mich voll und ganz erfüllt und ausfüllt und mein Charakter, mein Leben, mein Wesen prägt. Und achtet auf drei Dinge, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Das, worauf wir hier achten sollen, sind Dinge, die für uns persönlich selber gelten, aber auch für die ganze Gemeinde. Wir sollen nicht nur auf uns selber achten, sondern auch auf unseren Bruder, auf unsere Schwester. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja. Du sollst deines Bruders, deiner Schwester Hüter sein. Du sollst achten auch auf deine Geschwister. Lass ihn nicht einfach laufen. Wir sind so geprägt in unserer liberalen Gesellschaft, dass jeder doch nach seiner Fasson selber selig werden soll, wie es der alte Preußenkönig Friedrich der Große formuliert hat und es gerne zitiert wird. Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. So lassen wir jeder seine eigene Freiheit. Mach doch, was du willst. Ist mir egal. Ich mache, was ich will, du machst, was du willst. Solange wir uns dabei nicht die Köpfe einschlagen, ist alles gut. Als Geschwister sollen wir eine andere Haltung haben. Uns ist es wichtig, dass Gott geehrt wird in unserem Leben. Wir wissen, dass nur dadurch unser Leben zum Ziel kommt. Und wir wünschen es uns auch für unsere Geschwister. Es ist uns nicht egal, ob unsere Geschwister Abwege gehen, ob sie vom Ziel abkommen, ob sie vielleicht das Ziel gar nicht erreichen. Nein, wir wollen, dass auch sie das Ziel erreichen. Und deswegen sagt uns das Wort, kümmere dich um deine Geschwister, achte auch auf sie, achte auf deinen eigenen Weg zuerst, aber achte auch auf deine Geschwister. Das sollen wir natürlich nicht tun wie Polizisten. Manche verstehen das falsch und denken, sie sind berufen dazu, Geheimpolizisten in der Gemeinde zu sein, Geschwister nachzuspionieren und dann irgendwie die Kelle rauszuholen und sagen, stopp, halt, anhalten, Papiere vorzeigen. Nein, wir sollen es als Brüder, als Geschwister tun, als Freunde, Freunde Gottes und Freunde untereinander. Also, achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Oh Geschwister, hier steht wörtlich von der Gnade Gottes fernbleibt oder zurückbleibt. Wisst ihr, wir sollen in der Gnade Gottes bleiben und leben und uns entfalten. Das ist, wisst ihr, es geht so schnell, dass man als Christ irgendwie die Gnade Gottes aus dem Blick verliert und dass man hineinrutscht in ein Leben der Selbstrechtfertigung, der Selbstgerechtigkeit, der Gesetzlichkeit. Es geht so schnell, dass man den Blick verliert, warum bin ich eigentlich, wie kam es, wie kommt es, dass ich gerettet bin, dass ich ein Kind Gottes bin. Es ist allein aufgrund von Gnade, nicht aufgrund von Werken. Ich bin angenommen dadurch, was Jesus für mich getan hat. Ich bin gerettet und geliebt und angenommen, weil Jesus für mich gestorben ist, weil Jesus mich liebt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke und David betet im Psalm 51 erneuere mir die Freude an deinem Heil, an deiner Rettung. Ich will wieder neu begeistert davon sein, von dem, was du mir geschenkt hast und das heißt, in der Gnade Gottes keinen Mangel haben. Nicht zurückbleiben von der Gnade Gottes, sondern dran zu bleiben, dran zu sein an der Gnade Gottes. So diesen Strom der Liebe immer wieder in sich zu haben, angenabelt zu sein, angepfropft zu sein, am Weinstock, immer wieder frisch und froh in der Gnade Gottes zu sein und das auch weiterzugeben. Das passiert durch Vergebung. Wir erleben die Gnade Gottes dadurch, dass wir unser Gewissen reinigen lassen, unsere Sünde bekennen und erleben, Gott vergibt uns, er vergibt uns, er vergibt uns, immer wieder, immer wieder. Dadurch bleiben wir dran an der Gnade Gottes. Dadurch kann die Gnade Gottes in unser Leben sich ausgießen. Aber wenn wir anfangen, stolz und selbstgerecht zu sein und meinen, wir haben es gepackt, wenn wir nicht mehr ehrlich sind und aufrichtig mit uns selbst, dann verlieren wir diesen Bezug zur Gnade. Aber es ist auch da, wo wir einander nicht mehr vergeben, wo wir Vergebung nicht aktiv ausüben, da bleiben wir auch zurück von der Gnade Gottes. Und das ist das Zweite, was hier genannt wird. Achtet darauf, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Hier wird sehr stark darauf abgehoben, dass wenn Bitterkeit entsteht und Bitterkeit ist eine Folge von Unvergebung, wenn Bitterkeit entsteht und Bitterkeit wächst in einem Gläubigen, dass das Auswirkungen auf die ganze Gemeinde hat. Es verunreinigt nicht nur dich und dein Leben, sondern auch das Leben deiner Geschwister der ganzen Gemeinde und achtet darauf, sagt er. Lass diese Wurzel der Bitterkeit nicht aufsprossen, reiß es raus. Deswegen sagt Jesus, wenn du jemandem etwas zu vergeben hast, dann vergib es vor Gott, wenn du betest. Jedes Mal, wenn du betest, bist du ein Christ, bist du ein wiedergeborenes Kind Gottes, dann tust du das, was der Heilige Geist dir sagt. du betest täglich. Du kannst gar nicht anders. Du betest täglich, aber wenn du täglich betest, dann musst du auch täglich jedem vergeben. So hat Jesus das auch seine Jünger gelehrt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist Seelenhygiene. Das ist viel wichtiger als das Händewaschen, wenn du hier in den Gottesdienst reinkommst. Dass du deine Seele reinigst. Dass du den Herrn um Vergebung bittest und anderen vergibst. Vor Gott. Das ist dann noch nicht Versöhnung. Versöhnung ist dann, wenn wir miteinander über diese Dinge sprechen und uns einander vergeben. Vergebung suchen, um Vergebung bitten und dann Vergebung aussprechen. Dann entsteht wahre Versöhnung unter dem Blut Christi zwischen Geschwistern. Und das will Gott auch. Aber dass keine Bitterkeit entsteht in deinem Herzen, das geschieht dadurch, dass du vor Gott vergibst. Und dass du festhältst an der Vergebung, dass es nicht zulässt, dass der Teufel dich immer wieder neu daran erinnert und sagt, ja, der hat ja und nein, du sagst, du stellst dich dem entgegen, du bist ein wie wir vorhin gesungen haben. Wir sind mehr als Überwinder in Christus. Wir überwinden die Anschläge des Widersachers, der will, dass in unserem Herzen Bitterkeit wächst, damit unser Leben verunreinigt wird, damit die Gemeinde verunreinigt wird. Das will der Teufel. Aber wir stehen dagegen und sagen, nein, ich habe dem Bruder vergeben und weil ich ihm vergeben habe, ist ihm auch vergeben. Denn in Christus haben wir Feuer Macht, Sünden zu vergeben. Ich lasse mich nicht verleiten dazu, mich wieder hineinziehen zu lassen in diese Bitterkeit. Nein, das soll mich nicht verunreinigen. Das soll auch die Gemeinde nicht verunreinigen. Ihr Schüster, das sind die Gedanken des Geistes Gottes zu diesem Thema. Lass es zu, dass diese Gedanken in dir groß werden. Achte darauf, dass du nicht dich verführen lässt vom Widersacher in Bitterkeit hinein, sondern handle dagegen, reiß die Wurzel der Bitterkeit raus und halte daran fest. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann bitte einen Bruder, eine Schwester mit dir zusammen zu beten, mit dir zusammen zu ringen, dass Vergebung hineinkommt in dein Leben, Vergebung seine Kraft entfalten kann in deinem Leben. Und dann steht hier noch das Dritte, worauf wir achten sollen, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser ist, wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Diese Gnade, die wir empfangen haben, sie ist nicht dazu da, dass wir jetzt einfach so ein gottloses, sündiges Leben führen, sondern die Gnade Gottes ist dafür da, dass wir zulassen, dass unser Leben geheiligt wird, gereinigt wird. So lassen wir es nicht zu in unserem eigenen Leben, dass unser Fleisch tun und machen kann, was es will. Nein, wir kreuzigen unser Fleisch samt den lassen von meinen Begierden. Ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre ihm, ich bin kein Gottloser mehr. Ich schmeiße nicht diese Ehre, dass ich ein Kind Gottes bin, ein Erbe Gottes, das schmeiße ich nicht einfach weg, um einer Sünde willen. Und hier geht es darum, ein Hucher oder Gottloser zu sein, das heißt, darin zu leben, einen Lebensstil zu praktizieren. Es geht nicht darum, dass ich nicht mal versage, dass ich mal hinfalle. Ein gerechter fällt siebenmal, aber es steht jedes Mal wieder auf. Mein Leben gehört Gott, ich will ihm geweiht leben, mein Leben soll heilig sein. Und dann kehre ich um, wenn ich gefallen bin, aber ich lebe nicht da drin. Und darauf sollt ihr achten, darauf sollst du in deinem eigenen Leben achten, da sollst du auch deinen Bruder und deine Schwester zurecht weisen, sagt Jesus. Wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht zwischen dir und ihm. Nicht vor allen Leuten. Rede nicht mit allen möglichen Leuten drüber, was der und der gemacht hat, wo du den gesehen hast und was er alles Schlimmes gemacht hat. Nein, geh direkt auf den Bruder zu, geh direkt auf die Schwester zu, rede mit ihm, rede mit ihr, weise zurecht, bete vorher, dass du ein demütiges Herz hast dabei, achte darauf, das ist es, wie wir unsere Bahn gerade machen, wenn wir in diesen Dingen leben, die Grundlagen sind unseres christlichen Wandels und dann zeigen wir unserem Herrn Ehrfurcht, oh man, die Zeit, das ist ja unglaublich, gut, wir gehen mal weiter, Kapitel 14, Vers 3, im Mund des Narren ist eine Rute für den Hochmut, aber die Lippen der Weisen bewahren sie. Dieser Vers redet von falscher Selbstsicherheit im Reden. So schnell kommen mir Versprechungen über die Lippen. Ich verspreche irgendetwas. Ja, ich werde dir helfen. Ja, ich bete für dich, Bruder. Ja, ich mache dies, ich mache das. Aber am Ende tue ich es nicht. Und mein eigenes Reden, was ich versprochen habe, es wird für mich zur Route, die mich schlägt. Jörg, du bist unzuverlässig. Warum hast du das versprochen und hältst es nicht? Manchmal sind es diese falsche Selbsterkenntnis, die falsche Selbstsicherheit in Bezug auf meinen eigenen Charakter, auf meine eigene Stärke. Das würde ich nie tun. tun. Ich sage sowas und am Ende werde ich davon eingeholt, von diesen Worten. Und Gott führt mir vor Augen, ja, du hast gemeint und hast es auch noch gesagt, dass du das nie tun würdest. Aber jetzt guck mal, wo du gelandet bist. Und es ist wie eine Route. Meine eigenen Worte schlagen mich. Vorurteile. Ja, ich weiß, warum der das gemacht hat. Ja, ich kenne diese Art von Leute. Und in Wirklichkeit weiß ich gar nichts. Ich meine zu wissen, aber ich rede dahin und am Ende erweist es sich als völlig daneben, völlig falsch. Ich habe Vorvorurteilt, ich war viel zu schnell in meinem Urteil, spreche Dinge aus und weiß eigentlich gar nichts. und beurteile und verurteile Menschen. Und was sagt Jesus? Mit dem Maß, mit dem du andere misst, wirst du selber gemessen werden. Und es kommt auf deinen eigenen Kopf zurück. Ich musste auch an falsche Prophetien denken. Ja, der Herr sagt, das und das wird geschehen in deinem Leben. Und am Ende erweist es sich als falsche Prophetie. Was sagt Gott dazu? Wenn jemand im Namen des Herrn weissagt, die Zukunft voraussagt und es trifft nicht ein, dann ist es nicht vom Herrn gewesen. Was soll mit falschen Propheten gemacht werden? Was sagt Mose? Die sollen gesteinigt werden. Was lehrt uns der Vers? Die Lippen der Weisen bewahren sie, weil sie zuallererst einmal den Mund halten, weil sie die Lippen geschlossen halten. Ein jeder sei schnell zum Hören, langsam zum Reden. Lieber erstmal den Mund halten, bevor ich meine Erkenntnisse ausbreite, mein ganzes Wissen. Am Ende wird mein großes ganzes Wissen, meine Selbstsicherheit, mit der ich daherrede, mir zur Route, die mich schlägt. Lieber in Weisheit schweigen und abwarten und nachdenken, bevor ich etwas sage. Und dann Dinge, die wirklich von der Weisheit Gottes geleitet sind. Vers 4, wo keine Rinder sind, ist die Krippe leer, doch kommt reichlicher Ertrag durch die Kraft des Stieres. Komischer Vers. Ich habe eine andere Übersetzung gelesen, da ist es mir ein bisschen klarer geworden, was hier gemeint ist. Wo keine Rinder sind, spart man das Futter. Damals haben viele Tiere gehabt, sie haben Landwirtschaft betrieben, im großen Stil oder im kleinen Stil, heute können viele von uns das nicht nachvollziehen, aber hier geht es einfach darum, wenn du Rinder hast, das sind ja nun große Tiere, die auch viel fressen, du hast eine Krippe, da wo das Futter für die Rinder reinkommt, aber wenn du dir sagst, die Rinder fressen ohne Ende, das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten, ich kriege dieses ganze Futter nicht reingeschafft, das kostet zu viel, ich schaffe die Rinder ab, ich verkaufe die Rinder, dann habe ich auch noch Geld in der Hand, dann habe ich die Rinder verkauft, dann habe ich Cash in der Hand und ich muss kein Geld mehr aufgeben für Futter, haha, gut. Man nennt das heute in der Wirtschaft Rationalisierung, ich spare Personal ein, habe ich keine Personalkosten, das ist ja immer das teuerste und dann spare ich mir das Ganze. Dem hält aber der Vers hier etwas anderes gegenüber, er sagt, es kommt doch reichlich Ertrag durch die Kraft des Stieres. Es lohnt sich doch auch, das Tier zu füttern, denn dieses Tier arbeitet für dich und dann hast du am Ende reichlichen Ertrag. Also hier werden zwei Modelle gegenübergestellt, das eine ist derjenige, der auf kurzfristigen Gewinn aus ist, wir kennen das auch aus einem anderen Spruch, der jetzt nicht auf Tiere bezogen ist, aber auch aus der Landwirtschaft kommt, wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Wer sparsam sät, wird nur wenig ernten. Ähnliches Modell hier. Die Logik der Investition, also investiere und du wirst am Ende Ertrag haben. Jetzt sagt uns Gott im ersten Korinther 9, Vers 9, wird ein ähnlicher Vers aus dem Gesetz des Mose zitiert bei Paulus, er zitiert hier auch einen Vers, was der auf die Landwirtschaft bezogen ist und auf die Ochsen. Erste Korinther 9, Vers 9, die Ochsen. Er sagt, im Gesetz des Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Also lass den Ochsen doch fressen. Das ist eine gute Sache. Der soll stark werden, damit er auch was schafft. Und dann sagt er aber, Vers 9, ist Gott etwa um die Ochsen besorgt oder spricht er nicht durchaus um unseret Willen? Denn es ist um unseret Willen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschen soll auf Hoffnung am Ertrag teil zu haben. Er sagt, dass die Bedeutung dieses Verses liegt nicht nur darin, dass es hier um die Ochsen geht, um die Gott sich sorgt, sondern vielmehr sorgt er sich um uns, dass wir versorgt werden, dass wir Anteil haben am Ertrag, dass wir was zu fressen haben, dass wir was zu essen haben. Und sagt er das nicht, als Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und das, was ihr braucht, nämlich das Essen und Trinken und das, was ihr anzusehen habt, das wird euch zuteil werden. Ihr braucht euch nicht darum zu sorgen, ihr braucht das nicht als den Fokus, das Ziel eures Lebens anzupeilen, sondern das Ziel eures Lebens ist die Königsherrschaft Gottes. Das andere, das kommt hinzu, ihr werdet Versorgung erfahren und das ist das, was Paulus sagt hier, ja, wir als Apostel, die wir umherziehen, als Missionare, die wir das Evangelium verkünden, wir wissen, Gott sorgt sich um uns, er sorgt für uns, wir brauchen nicht für uns selbst zu sorgen. Dieser Vers wird auch nochmal zitiert in 1. Timotheus 5, Vers 18 Ich lese mal ab Vers 17 Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also, einer, der das Wort Gottes weitergibt, ist ein Ochse, ist ein Arbeiter, ein Bauarbeiter, ein Feldarbeiter. So soll er sein. Er soll nicht ein, und das ist in der Geschichte der Christenheit so oft passiert, dass Menschen, die in der Gemeinde Gottes als Lehrer, als Pastoren, als Älteste, als Leiter eingesetzt wurden, sie wurden behandelt wie Könige und sie haben das auch gerne mit sich machen lassen und haben das dann auch selber so ausgeübt. Sie haben regiert wie Fürsten, sie waren buchstäblich Fürsten über bestimmte Länder, über bestimmte Volksgruppen und sie haben wirklich gelebt wie die Könige, haben sich gut gehen lassen, haben sich bedienen lassen. Jesus hat aber gesagt, unter euch soll es nicht so sein. Derjenige, der überall steht, der soll aller Diener sein. Arbeiter, es geht um Arbeiter, Jesus sagt dieses wunderbare Gleichnis von dem Mann, der einen Weinberg besitzt und morgens rausgeht auf den Markt und sucht sich Arbeiter. Hey, ich habe eine Ernte einzubringen, ich brauche ein paar Arbeiter, wo sind sie? Ja, hier, ich gebe euch das, was recht ist für einen Diener, könnt ihr den Tag über arbeiten, das war der Tageslohn für den Tagelöhner. Okay, gut, sie arbeiten, aber es sind zu wenig Arbeiter, was macht der Herr, er geht nochmal raus und sucht noch mehr Arbeiter und da sind plötzlich noch welche, die haben ein bisschen länger gepennt und jetzt stehen sie auf dem Marktplatz rum und haben nichts zu tun und er sagt, kommt in meinen Weinberg, ich gebe euch, was recht ist und sie alle arbeiten und der eine arbeitet den ganzen Tag, der andere eine Stunde, aber Hauptsache es kommen noch mehr Arbeiter in die Ernte, denn die muss eingebracht werden und alle kriegen sie einen Tageslohn, alle kriegen sie das, was recht ist, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gott will Arbeiter in seine Ernte senden, das sagt er in Matthäus 9, Vers 36. Da sagt er, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist das, was Jesus bewegt. Er sieht die Menschen, das bewegt ihn, das beschäftigt ihn. Und wisst ihr, er sagt nicht, ach, ist ganz gut, dass die Krippe leer ist, dann brauche ich kein Geld für Futter einsetzen. Nein, er sieht die Ernte, er sieht die Menschen, er sieht diese Menschen, die hilflos sind, die Schafe sind, die keinen Hirten haben, die in die Irre gehen, auf ihren krummen Wegen, die nicht zum Ziel kommen. Aber Gott möchte, dass wir das Ziel erreichen. Er möchte, dass unsere Wege gerade werden und zum Ziel führen. Er sieht, die Volksmenge wurde innerlich bewegt, das ist sein inneres Herz, er offenbart uns hier sein, sein Herz, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter, aber es sind wenige, wir haben wenige Ochsen, wenige starke Tiere, Stiere hier, wo sind sie? Diejenigen, die sich reinknien, um das Wort Gottes zu den Menschen zu bringen. Er spricht zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter, aber es sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Wir als Gemeinde, wir als Gemeindeleitung, wir als Christen, wir können keine Arbeiter machen. Wir können das nicht machen, dass Menschen in die Arbeit eintreten. Dass sie, wir können das nicht machen, aber Gott kann es machen. Gott ist der Herr der Ernte. Er sendet die Arbeiter und er versorgt sie auch. Wir können das nicht machen. Das Einzige, was wir machen können, was Jesus sagt, was eure Aufgabe ist als Jünger, ist, betet dafür. Das sollte unser Hauptaugenmerk sein, dafür zu beten. Aber wisst ihr, wer ernsthaft für die Ernte betet, wer ernsthaft für Arbeiter betet, wer sich, wer dieses Herz von Jesus, der bekommt dieses Herz von Jesus, der bekommt ein Herz für die Verlorenen. Und wisst ihr was, der wird auch offen dafür, vielleicht selbst gesandt zu werden. Und so kommt es ja auch, interessanterweise. Er sagt zu den Jüngern, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet in seine Ernte. Und was passiert ein paar Verse später? Er sendet genau diese Jünger los in die Ernte. Also Gott möchte die verlorenen Schafe erreichen. Er möchte, dass die verlorenen Schafe nach Hause kommen, dass sie zurückkehren zum Hirten und Aufseher ihrer Seele, so wie es in 1. Petrus 2 heißt. Er möchte, dass die Menschen Vergebung ihrer Sünden erfahren und empfangen. Dass sie die Liebe Gottes erfahren. Er möchte, dass ihr Gewissen gereinigt wird und sie dieses Ziel bekommen, diesen Sinn im Leben. So viele Menschen heute suchen nach dem Sinn des Lebens. Und Gott hat uns in seiner Gnade einen Sinn geschenkt, ein Ziel geschenkt. Und er möchte, dass all diese Menschen um uns herum, dass sie das auch finden. Aber es braucht Arbeiter, es braucht Ochsen. Es braucht Stiere, die arbeiten, die sich reinkriegen. Und das gilt für uns alle. Das gilt für die Geschwister, die rausgehen, die Troppers oder Sonst so. Aber es gilt auch für uns hier, in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, den Menschen, denen wir begegnen, im Krankenhaus, in der Schule, im Studium. Das sind alles Menschen, die umherirren, Schafe, die keinen Hirten haben. Es braucht Arbeiter, lasst uns beten dafür, dass Gott Arbeiter aussendet in seine Ernte. Ja, lasst uns das doch kurz tun. Lass uns kurz Zeit nehmen zum Gebet, ein paar Minuten, dass wir miteinander beten dafür. Tut das laut und deutlich und kurz und klar. Ich schließe dann ab im Gebet. Gebet. Erste geht. Dann geht's euch nicht weiterf Vielen Dank. 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 Amen.